Das ist ein kleiner Mann wie Lionel Messi rein, total verschroben im Gesicht. Liffelt, kennt eigentlich nur Gewalt von oben und Gewalt nach unten und zwischendrin saufen. Und bestellt im tiefsten Sechschicht gern Bier. Damit bist du Außenseiter. Und um diesen Außenseiter geht's. Das ist so grenzwertig. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, man sitzt dann da bei dieser Preisverleihung und dann kommen Zeiten wie diesen. Weißt du, diese Texte, das ist schon... Gemeinsam haben wir 1,67 Großweine, Lisböen, Sachsen, ne, mein Vater war auch Sachsen. Ne, wir haben eigentlich überhaupt nichts gefeinigt. Dann hast du diese großartige Truppe. Ich will jetzt gar nicht alle Namen einzeln aufzählen in dem kurzen Trailer, aber das werde ich heute noch tun. Und dann stehst du da in der Mitte und dann musst du so gucken, wo ist jetzt das, was die alle brauchen. Was braucht der Honka, was braucht Studio Braun, was braucht Heinz Buch, was braucht die Sprache und was brauchen die Kollegen. Und dann tut sich in der Mitte so ein Loch auf. Und dann war mir irgendwie so eine Woche vorher klar, dieses Loch muss ich ausfüllen. Der Preise sind wie extrem gute Schlagsahne. Und wenn die dann plötzlich bei dir auf dem Teller liegt, dann ist super. Wenn er nicht kommt, dann ist es auch nicht schlimm. Man wird ja deswegen nicht verhungern. Das ist das Tolle am Theater, dass das Erstaunen eigentlich das Wichtigste ist. Ja, ich bin Charlie Hübner und ich bin Schauspieler. Aber ich bin Schauspieler.